Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Grand Theft Auto 5 Und das mit den Ruckeln müsste ich jetzt eigentlich beseitigt haben Denn ich habe dann gemerkt das lag nicht am Aufnehmen Sondern es lag irgendwie an irgendeinem anderen Programm Was noch irgendwie nebenbei offen war Was das verursacht hat, keine Ahnung was das war Ich habe auf jeden Fall jetzt einfach mal ein paar Programme im Background beendet Und jetzt läuft es auf jeden Fall deutlich besser Müssen wir mal schauen was es war Und wo muss ich jetzt hin Ich muss... Ich kann ja eigentlich auch da runter gehen Dann kann ich das andere Auto auch mal holen Wahrscheinlich sind mittlerweile schon wieder beide drin Ist ja klar Warte mal ich habe... Da... Da muss ich hin Können wir eigentlich im Parkhaus hier ein anderes Auto klauen Hauptsache unseres bleibt stehen Was nehmen wir denn Nehmen wir den Pick-up Da scheint auch Power in der Haube zu haben So wie der blubbert Na komm Mach mal hier nicht so rum Da hier nur weil die Ampel rot ist Sooo Muss ich mal stehen geblieben Ähm ja Wir haben auf jeden Fall schon mal Wir haben den Tunnelbohrer besorgt Wir haben das Fluchtauto Das ist positioniert Und... Und... Jetzt... Ja irgendwas will ja da drüben Geht mir jetzt mal an der Palme vorbei So... So wie gesagt Wahrscheinlich sind beide wieder drin Ne... Natürlich... Was war der Chester? Ah... So... Wo müssen wir jetzt hin? Ist irgendwas markiert? Da... Raubelbefall Vorbereitung Wir fahren jetzt mal da hin Das klingt nach Schießerei Hey... Hey! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Okay... Ich war's nicht Aber was war's denn noch? Wir haben... Hubschrauber war's auf jeden Fall noch Ne? Aber den... Da war's mit dem Hubschrauber auch noch irgendwas Aber den hat ja der Trevor hieß es Und da brauchen wir jetzt einen anderen So... Jetzt war's ja eigentlich nur der Tudelbohrer Fluchtfahrzeug Und das Personal Das Personal haben wir ja schon ausgesucht gehabt Tudelbohrer haben wir Fluchtfahrzeug haben wir Irgendwas war glaube ich noch mit dem Hubschrauber Aber da hieß es, dass der Trevor den hat Bin mal gespannt was wir jetzt noch vorbereiten müssen Oder es fängt da schon an? Bin ich ja mal gespannt Und jetzt... Dada... 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 3 km noch Immer so lange Strecken zu fahren Wobei kann ich einfach alles zentral sein? Ich fahr zwar gerne wenn ich jetzt wirklich mal aufs Screen spiele Ich fahr gern mal die Strecken lang Aber wenn man aufnimmt Ich hab immer immer so das Gefühl Man müsste fast diese Strecken rausschneiden Weil das sich immer so hinzieht Einfach so lange Strecken immer zu fahren aber ich bin kein fan davon folgen zu schneiden also zumindest let's play folgen nicht ich habe gerne mal sachen wo ich schneide aber let's play folgen schneide ich eigentlich ungern da lasse ich mal alles drin was ich habe außer es gab wirklich mal irgendwelche technischen probleme wo ich rausschneiden müsste trevor wir müssen den zug noch holen ist mir mal gespannt was das für ein zug ist vor allem wie klaut man zu das heißt hier ist der übergang gut wo ist denn da einer da ist einer wo ist der andere wie gibt ich zum stellwerk zwei oben drinnen so drücke um der seitengleis zu wechseln so warte bis der zug auf den nebengleis angehalten hat durchschauen wann der zug kommt hier ne jo dann warten wir mal bis der zug kommt ansonsten was gibt es noch zu erzählen überlegen was ist das mit dem hubwagen hier ich höre ein zug da kommen da so jetzt müssen wir muss gerade echt noch mal gucken welche tasten das hier am ding sind so jetzt brauche ich den heli also wo sind das für einer gut auf ein lasten umschrauber ich muss echt den ganzen zug klauen oder was also richtig hochheben das für ein kranker müll der zug steht auf jeden fall ja gut dass er noch rechtzeitig gebremst hat ne ich muss jetzt nicht den ganzen zug klauen oder also jetzt hier anheben und ab die post bin ich ja mal gespannt bin ich ja mal gespannt ich hab echt einen zug an den magneten gang oh man wir kriegen die bring die zugmaschine so schön was flug hat also wir haben jetzt nicht hier gerade einen kompletten zug einfach mal angehangen und laut oder was für eine kranke scheiße ist denn das ok jetzt fliegen wir erstmal wieder zum schärfes flugplatz stellen den schon mal da ab ich muss sagen der lässt sich hier leichter steuern mit einem zig hundert tonnen schweren waggon also güterzug hier am ding als ähm wenn ich den cargo bob nehme und da ein auto dran hängen so jetzt muss ich da hin lassen lasst die zugmaschine auf den anhänger herab gar nicht mehr so einfach das nicht so positionieren gut ist drauf jetzt kommt noch ein wagon faszinierend ich mach ja sowas fand ich das nicht echt gut steuern der hubschrauber muss ich wirklich mal sagen so was wollen wir jetzt noch so einen von diesen flachen dann nehmen wir jetzt den da hinten vor allem ich muss den ja überhaupt nicht von vorne den ganzen Zug los machen ne ist ja auch noch so ein ding das sind ja einfach nur die berühren sich ja nur und dann funktioniert das ach komm ich den doch vorne oder kann ich den zwischendrin ausheben doch der suche der magnet hat echt power ey das muss man mal sagen der zwirbel da in den wagon hoch ne das heißt müssen wir den auch noch zum flughafen bringen zum flugplatz da steht jetzt wahrscheinlich schon ein zweiter lkw bereit ja so dann machen wir noch eine kleine kurve fliegen so 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 na baby komm weil es nicht mehr gut abgesetzt jetzt landen wir noch bestanden gut die fahren los und ich muss dann dahinter wo muss ich denn eigentlich hin steht mein auto hier übrigens irgendwo ne ne ach stimmt ja ich fliege ja treffer momentan ähm drücke um das eingelagerte fahrzeug zu wechseln fahrzeug fahrzeug jetzt hin? Da hinten ist auf jeden Fall mein Auto. Aber ich könnte ja auch fliegen, ne? Und da muss ich hin. Ich weiß nicht, was ich fliege dahin. Der Hubschrauber hat mir gefallen. Sie tritt dich gut? Wenn du immer... Du bist ein süßes Junge, Trevor. Ein süßes Mann. Ah, Patricia. Ich vermisse dich wirklich. Ich muss gehen. Hm. Immer noch seine, seine Liebe, die er weg musste. So, dann fliegen wir erstmal wieder zurück zu dem, äh, zu unseren Dingens da hier. Wo es dann losgeht. Unser Raubüberfall. Hier natürlich ein Hubschrauber kleiner geht. Gucken wir mal auf die Innenansicht wechseln. Jo, so sieht es aus, wenn man hier mit dem Hubschrauber unterwegs ist. Das ist eigentlich schon mal ganz cool gemacht hier. Das ist eigentlich so ein bisschen der Pluspunkt hier bei GTA, dass man wirklich alles fahren und fliegen kann. Das fand ich auch bei Battlefield immer so cool, im Vergleich zu anderen Ballerspielen oder sowas. Dass man eigentlich so ziemlich mal alles fahren und fliegen konnte, ne? Also Hubschrauber, Panzer, Jeep, Motorrad oder sonst irgendwas, Flugzeug. Ging immer alles. Das mag ich ja immer bei solchen Spielen. So, ich kann ruhig mal ein bisschen runter gehen. Sehr weit ist es sowieso nicht mehr. Da vorne ist ja dann schon bald auch das Jeep Club. Ja, da müsste dann gleich da sein. So, ich kann erstmal bremsen. So, ich sehe gerade nichts, wo ich hier hin muss. Ich sehe gerade, wo ich parke. Uh. Komm, ich parke hier auf dem Dach. Und jetzt gehen wir mal rein. Psst. Der Typ da ist echt der Herz der, ey. Hauptsache so zugestopft mit Piercings. Unglaublich. Und jetzt gehen wir mal rein. Was ist jetzt? Ah so. Ah. Ah. Hier. Put das an. Ich schaue den Ort für die Kameras, wenn du weg bist, Leute. Hey, wenn das Ding ist, die Mädchen werden mir videoieren. Hm hm. Das wird nicht passieren. Was wird nicht passieren? 400 Millionen Dollar nicht machte diesen Mann einen Spieler, und es wird nicht machte dich eine gute Person. Jetzt auf deine Kleine. Hey, so sind wir bereit für das Ding kracken, richtig? Ja. Wenn du eigentlich getrennt bist, dann vielleicht du. Okay, ich werde gut. Sie werden bereit für die Akte, hm. Let's go. Okay, ich werde meinen Mann im Banken treffen. Gold ist noch nicht ours, aber wir sind so ähnlich. Geh die Crew, los, los! Jetzt läuft es echt wieder deutlich besser. Bin ich hoch? Ja, ich muss hoch. So, ich packe jetzt mit Absicht hier. Denn, ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier starten, sehen wir uns in der nächsten Folge und schauen uns dann alles an, wie das genau jetzt hier abläuft. Bis dahin, tschüss!